Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück auf der Bielefeld bei einem Let's Play Together. Heute mit dabei sind fürs Häckseln ausgerückt der Felix. Servus. War ja schon mal ein paar Folgen dabei und der Dominik war auch ein paar Folgen dabei. Servus. Moin. Und ich fahr schon mal vor mit einem tollen Klaas Arjen 650 und dahinter hab ich, na ratet mal, einen Caveco Radium 50 Häckselgut Anhänger. Zwei Achster natürlich. Ähm, wir werden jetzt heute mit erstmals, wuaah, gleich sind wir fast im Graben gelandet, hast du es gesehen? Ja. Brutal. Ähm, wir werden heute erstmals häckseln auf dieser Map und wir werden Schwad häckseln. Wir werden das Feld machen, das ihr schon ein bisschen gesehen habt. Das werden wir schwad häckseln mit einem alten Don-Häckseln, den haben wir uns jetzt gekauft für 100.000. Die hatten wir noch übrig und, ja, ich sag auf los geht's los. Ich bin schon fast am Feld, ich weiß nicht, wo ihr bleibt, aber... Ich bin im Grundeinfahrt, aber mich spielt gerade die Kamera. Ah, die Kamera ist man wieder schuld? Ja, ist immer schuld. Felix, nach der Rücke sofort links ist der Eingang. Nee. Doch, das? Das ist ein Gatter. Achso, ich fahr ganz hoch immer. Ich weiß, ich auch, weil da ein Zaunstück fehlt. Ja, ne? Ist ja doof. Na unten links ist der Eingang mit dem Gatter. Ich würde sagen, wir fahren zuerst außen rum, oder? Ja, klar. Ja, logisch. Logisch. Ich brauche noch eine halbe Stunde. Hahaha. Bis ich da bin. Ach, so ist der Eingang. Mach mal auf. Ja, die wird frei. Hauptsache, ich komme auch mit dem Don über eure Hänger. Ja, das müsste eigentlich gehen. Eise, kriege ich rein. Ja, ich wollte schon ein paar Greenshots von euch machen, aber ihr seid ja nicht hier oben. Wollt ihr jetzt hier unten anfangen, oder was? Sicher. Muss ich jetzt warten, oder wie? Ja, klar. Ernsthaft jetzt? Ihr lasst mich warten, einfach so. Oh, da will ich wenigstens Häcksler fahren. Nö. Die Schnur kannst du überhaupt vor, aber was du bist, ne? 10 kmh, oder? Dann stelle ich mir einen gleich mal um. Ich glaube, du kannst dich langsam mal vor. Ich passen vor euch mal ein paar Screenshots. Gute Bomate, ich stelle noch, wie sie wurscht. Den Bomate auf 10, würde ich sagen. Ich kann 20, glaube ich, oder so. Ja, genau. Wir fangen mit 10 kmh, ich stelle mit einem einen. Ja, ich fahre 10 kmh. So, wenn es losgeht. Los. Jupp. Boah, das sieht schon mal richtig geil aus, man. Du kannst schneller fahren, ne? Ne, wieso? Mare, du stehst doch nicht zwischen einer Reihe, oder so. Nö, nö, das passt schon. Oh, das wird höhenmäßig richtig knapp, ne? Ja. Was, die habe ich gleich 20%? 20% schon. Jo. Richtig, gute Sache. Wieso schon Hexen? Das ist doch traumhaft, Mensch. So, ich bleib stehen und du drast um, wenn ich mich verrückt werde. Du nur Platz hast. Oh, nee, aber. So, jetzt setze ich ein, danke, danke. So, wie weiter geht's? Komm, weiter. Ne, ne, komm. Was soll ich denn machen, wenn ich nichts zu tun habe? Ist doch langweilig. Ja, warte, warte, warte. Das könnte zwar, so ist dann, aber. Ja, aber nicht im Let's Play ist das tödlich. Ist kein Erfolgsrezept. Jetzt fährt Felix weiter. Ich fach's raus. So passt das, so passt das mit der Höhe. Aber wenn er zu weit weg ist, dann passt das nicht mehr. Ja, schon klar. Felix, du musst da ran. Komm schon, saug auf mich, saug auf mich. Ich bin eher dran, hallo. Er wird nicht mehr. Der schafft nur eine Runde. Der hat 30 Kugel. Komm, 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 Löcher. Ja, Löcher. Ja, Löcher. Lutscht die Argel. Achtung, ich hupe gleich von hinten an. Ja, ich hab grad sowas. Oh, Felix, was machst du denn? Ja, da muss jetzt, da muss jetzt ich eingreifen, ne. Ja. Du bist so gut. Ey. Aber du hast ein paar mehr. Ein Anschlag. Ich hab auf mich. Ich hab auf mich leid. Wie gemein. Komm Felix und du musst da schneller kommen. Mach 10 km rein und dann gibt's doch... Oh das wird ein geiles Thumbnail. Oh mein Gott. Oh mein Gott. holy shit aber der Donnenhexer der ist wirklich geil ja er schneit was ich will wie voll bist du? 860 860 ich sehs das kann doch nicht wahr sein Alter wie schnell er brutal wie schnell er fährt hey wake up hey wake up es nervt oh ich weiss wie das ist ne ist nicht kriter wie Luca oder wer noch schlimmer noch schlimmer pennt ja nicht einmal aber wir waren halt die Stubs immer mir auch ja vielleicht weil du Felix heißt danke dann kann man nerven das meinen sie vielleicht damit ja genau Felix der Name ist schon so so der Name ist der Name Felix hört sich echt sehr sehr hyperaktiv an mhm genau ja ich denk immer bei Felix an den Kater weisst schon ne der ist gar viel ne der ist gar viel stimmt aber Felix klingt genauso ne das war so ne das war so schön ablenken mit irgendeinem Thema und dann ja jetzt gehts los Felix magst du ein Screenshot schießen? du kannst weiter vorfahren ich kann nicht weiter warte nein 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 hör auf Felix Felix warte bin jetzt egal du bist voll achso ne das bist nicht du scheiße ich hab fast gefreut hier mann nichts zu tun da ist man schon so arbeitswillig und dann ich glaube Felix brauche gar nicht mehr wiederkommen zum still ne doch du musst nicht mehr wiederkommen du musst nicht mehr wiederkommen oh eigentlich hab ich auch Kaffee trinken ein Käffchen ja dann bist du jetzt schön auf der Wiese ach Picknick auf der Wiese und ein Käffchen wir nehmen ja dann direkt die Reihe Felix ja wie toll ähm wenn ich unten bin vorher oben also dann kannst du endlich immer losnehmen können wir gerne so machen unser zweifelst du noch ähm du hast jetzt 85 oh nein ich fahr einfach wenn ich unten ich fahr nur Sprit wegen dir das wird echt teuer für dich ich sag einfach was wärst aber Jenschen für mich hey wake up hey wake up alter Leute chillt mal hier hast doch mal den Arm Felix in Ruhe ja wirklich ach das ist Luca der der wo äh der mir die Villa da konvertieren wollte oder oder mhm ich weiß es nicht wenn es ein Luca ist dann ist es der ich schau jetzt gleich wenn ich abfahre dann schau ich gleich ja mach mal ah 97 98 99 100 ja ich hätte halt noch 4.000 Liter ich brauche aber wurscht wie schön fährst denn du ich 10 lol ich komm nicht mit äh wo fahrst du hin äh umdrehen ne ach Gott schieben die aber nimm die äh da hinten ah welche die letzte oh ja und dann nehmen wir gleich die hallo hier du hast was ausgelassen ne ähm nein ja dann ich hab nicht gesehen dass du dich gedreht hast das Glück ist ein mieses Beispiele komm schon häcksel das häcksel das ja du schießt dich an ich kann nicht lenken passt doch er muss jetzt noch mal kummern jetzt fahr doch anstelle nee du fährst nicht zu ich hör dich zu klar nee du fährst nicht du fährst nicht zu so jetzt müsstest du dich umdrehen hallo sieh nur Holland sieh ja jetzt hall was das gibt nur eine Katastrophe benimm dich ja es gibt wirklich Katastrophen der Häcksler kann sich nicht benehmen der Häcksler ist schuld ja klar ich glaube Häckchen Fahrer der Häckchen Häckchen Fahrer ja also ihr kennt doch mein Licht Fable ich weiß nicht wer mich schon länger zu äh anschaut auf ähm Alice in ähm äh let's place der äh weiß dass ich sehr sehr ein Fable für Lichteffekte habe das heißt ich hab immer gern rundum leuchten an oder mal die Arbeitslichter schon um 6 Uhr abends ja 18.36 ey ich hab ne Rundeleuchte ne will die anmachen die geht nicht doch die muss gehen ne der geht wirklich nicht der braucht man doch nicht für den Dorn ey da gab's sowas noch nicht mal da hab ich glaub ich hab ein Bild vertrunken ich geh gar nicht scheiß häcklich bei da vorne das coole ist ich kann mir reicht schon die Innenansicht ne da hab ich ja meinen Füllstand das ist das geile zeigt mir ja meinen dynamischen Füllstand an das ist der Wahnsinn ey du fährst so schnell passt schon ey du bist so schnell aber der Füllstand wird nicht höher ach okay die Zahl ändert sich nicht aber die Anzeige ändert sich aber das ist schon echt geil gemacht worden nehm die zweite ne jo ja das muss schon so sein hier das ist Hygiene ne ja für die Kühe das beste Futter mit Dreckengereifen natürlich also das ist dann erst so richtig das hat dann erst so einen richtigen äh Knack-Effekt Knack-Effekt das richtig knackt Paar der Gepa Eifel hat mich auch geschrieben der Eifel wer? das ist Christoph vergess mich nicht Schwerper doch wer ist das? wer ist Christoph? ich weiß nicht wer das ist ich hoffe ich fahr nicht zu weit weg von dir ich glaub sogar der KW Kölzifel ist 5 Prozent hast du was machen viel wo oben links viel äh 57 meinst du das er braucht nicht mehr kommen glaub ich ne was meinst du ich glaub nicht dass er nochmal kommen braucht ok dann bleib jetzt so stein am Hof und bekappt ja du kannst hinter welches Meißfeld machen wir gleich überhaupt fahr einfach vor ja ok dann muss ich halt so einscheren ich bleib jetzt einfach so stein am Hof alter geht ab bei denen hier das ist bei Dominik nicht bei mir ich weiß ja ich kenn die Familie schon ein bisschen genauer ich kenn schon jedes Familienmitglied fast der Eifel stupst die an hallo es nervt danke also das ist echt schlecht das ich weiß nicht warum es jeder nötig hat bei der Aufnahme anzustupsen dann muss man wieder an Machtwort gesprochen werden echt sehr frischbar kann man nicht anschreiben wahrscheinlich weiß ich nicht mehr wie es geht die kann man nicht auch anstupsen mal das ist gut ja bin ich echt froh drum aber manche brauchen mich dann doch und dann ist es doch wieder wichtig also anschreiben sollte man mich kennen anstupsen nicht weiß nicht wenn man das umgestimmt hat aber anschreiben das wär schon ähm ja ja gut gut gelöst Felix warte ja ich hab jetzt 88 das heißt wenn wir runter kommen das wird nicht mehr passen das passt hey backup der Eifel stups ja ich halt's nicht mehr auf in dem Channel es nervt gut dass das ich nicht höre er holt das nicht mehr aus im Channel hat er gesagt das passt nicht mehr ach so er ja muss ja nicht rennen bleiben kannst du mal bei äh wenn wir so in der Mitte sind mal kurz stoppen Domi ja kannst du ein bisschen warten ja stopp ja das passt schon noch ja mit dem Polmaden muss ich noch mal kommen bitte muss ich noch mal kommen ne ne passt schon das Bild sieht ja schon echt geil aus ne strukturiert geil ja warte mal ich fahr mal kurz vor dann kommt da so ein Strahl raus ein Strahl ja Strahli Strahl ist immer gut Strahl sind da passt nicht mehr Felix du musst noch mal kommen hm ach ne ach ne ne wegen den paar dingen das lässtst es liegen das ist uneffizient nein doch ist es jetzt komm fahr 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 siehste reicht schon longtime Ey du ich bin nicht mehr voll, hallo? Zwei Liter geh doch rein, bitte. Ah ja, wie kriegst du da mit? Ein Liter. Felix komm. Nee komm. Fahr nochmal kurz, fahr nochmal. Häcksel, der ist einfach runter. Bin ich jetzt voll? Ja. Sehr schön. Schau, du kannst jetzt schön weiter damit schieben. Ja und schön zum Ende des Parts ist das Feld auch fertig, so muss das doch sein. Ja. Wahrscheinlich hat der Häckselfahrer Wabel betrunken. Ja ich weiß, ich weiß ja nicht. Schaut schön anscheinend fleckert aus. Naja, der Häckselfahrer ist halt immer besoffen, das ist die Regel, weil ich muss ja nur auf dem Feld fahren. Das beste ist mit den ganz großen Tiefladern, wo die nicht mal auf der Straße fahren, aber... Aber ich laufe jetzt hinterher mal in der Luft. In der Luft. Dominik ist raus. Connected, der lost. Entweder hat jemand einen Stift gezogen oder... Nee, der connected closed. Irgendwer hat Internetstecker. Ja, sorry, ja. Nicht gut, nicht gut, aber wir sind sowieso so gut wie am Ende des Parts, also das passt schon. Ach ja, ach ja. Ja. Aber es geht relativ gut so zu fahren, also mit den FPS so zwischen 30... Ja, aber jetzt müssen wir mal kurz kurz unter 30. FPS ist wirklich klar, aber nur MS. Ich hab so scheiß Internet groß. Also ich hab jetzt grad 20 FPS, damit du's weißt, ne? 20. Neu. Das ist echt krass am Hof. Ich hab grad... Ich hab grad... Ich hab grad... Ich hab grad... Ich hab grad 120 MS. Hey, hast du dein Ziel am Mod, oder? Nein. Dann müsstest du unbedingt einen oder kannst sein, dass du... Verdichten oder wie? Dass du quasi die Lage misst wird. Was, wie? Die Lage wird zu Mist, wenn du nicht... Wenn du nicht immer die... Dein, äh, Silo zuteckst, wie in echt halt. Ach so. Ja, das weiß ich. Das ist... Dann hast du wenigstens genug Mist. Ja, du musst da mal viel aufpassen. Kannst du mal schauen, wie viel das drin ist? 30% ist gleich... 100... 100... 100... 100... 182 Liter. 1000. Ja. Das hört sich doch ganz saftig an. So, Freunde. Der erste Häckseltag ist vorüber. Es ist abends 19.09. Die Dämmerung, ich weiß. Bei den Bauern geht's manchmal zwar auch länger, also bei uns zum Beispiel, aber... Heute ist hier Schluss. Danke an euch beide, dass ihr mit... Dass ihr mitgespielt habt. Und währenddessen, Dominik Join, sagen wir auf Wiedersehen. Tschüss. Jo.